Ihr wollt ja auch nur einen Kaffee trinken. Wollt ihr einen Kaffee raus trinken? Das ist der Kaffee. Prost! Und jetzt kommt das epischste Video ever. Wir kaufen eine Glühbirne. Oi 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 oi. Bauhaus! In the middle of the street. Bauhaus! Sind wir soweit? Können wir los? Ja! Wie geht nämlich jetzt eine? Glühbirne kaufen! Wow! Extrem! Das wird das beste Familienvideo ever! Wir kaufen eine Glühbirne. Wir fahren jetzt zum Bauhaus. Wir fahren jetzt zum Bauhaus. Wir fahren jetzt zum Bauhaus. Da kaufen wir eine Glühbirne. 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 Dann haben wir wieder Licht. Licht in der Küche. Licht in der Küche. Licht in der Küche. Dann ist alles ganz hell. Dann ist alles ganz hell. Dann... Oh oh oh! Meine Güte, ist das alte Theater? Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Oh, bin ich schockiert. Ich bin richtig schockt. Kann ich fahren? Oh, haben die mich hier? Eiskalt erwischt, von hinten würde ich mal sagen. Das bin ich aber aufgebracht. Aber ich bin doch von der Presse. Richtig. Apropos an die Schnelle, natürlich erst goten, dann sputten. Du hast ja eine Vorbildfunktion. Man muss sich erst mal anschneiden, dann fahren. Genau. Man muss sich erst mal anschneiden, dann fahren. Und warum muss man das? Wenn man sonst fährt und dann bremst, dann knallt man dagegen oder man fliegt aus dem Fenster. Also wenn ihr euch nicht anschneidet und das Fenster aufmacht, fliegt er aus dem Fenster. Das ist wie ein Flugzeug so. Kommt ein Sog und dann weg. Wir fliegen aus dem Fenster, wir fliegen aus dem Fenster, wir fliegen aus dem Fenster. Und alle fliegen mit. Und alle fliegen mit. Das ist so aufregend. Action Jackson zieht eine Karte. Nee, ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Du darfst die Karte haben. Papa. Hast du? Ja. Wer möchte jetzt einen Wagen holen? Hallo. Hier. 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 wir kaufen jetzt die die nehmt war das war unser epische video 1399 wir zahlen war so ihr werdet nicht glauben wir haben unsere glühbirne gekauft hier ist sie fantastisch das war ein erlebnis oder hat es euch spaß gemacht nein und ihr ja so sehen glückliche kinder aus das kann man machen wenn man mal langweiler hat und mit den kindern einfach ins bauhaus geht so sieht aus das macht sogar die kinder traurig kommt kinder wir schauen meine glühbirne rein extrem glühbirne auspacken extrem glühbirnen auspacken geht nicht jetzt kommen wir warten glühbirne achtung ich schraube glühbirne ja das wort wie findet ihr es wie fandet ihr es heute auf alle fälle war nicht unser extrem coole glühbirnen wechsel kauf video